Willkommen. Exzellenz, wir waren in der letzten Sendung bei der Kommunion, beim Kommunionempfang angekommen. Sie haben dargelegt, wie hilfreich die regelmäßige Beichte als Vorbereitung sein kann. Sie haben uns auch den Begriff geistige Kommunion als Voraussetzung des Kommunionempfangs erläutert. Ich will beim rechten Empfang noch ein bisschen verweilen und Sie fragen, was eigentlich die Quellen, was alte Schriften, was das Evangelium selbst über den rechten Empfang des Leibes Christi sagt. Wir haben schon das erwähnt bei der letzten Sendung, dass der heilige Paulus im ersten Korintherbrief, im elften Kapitel, sagt, dass man soll sich prüfen, bevor man den Leib und das Blut Christi empfängt. Das heißt, jeder soll sich prüfen, damit es ihm nicht zum Gericht und zum Verdammnis wird. Das ist der älteste Text, den wir haben von der Heiligen Schrift. Und auch, wie ich schon erwähnt habe, es gibt in der Heiligen Schrift und auch im Evangelium Hinweise, symbolische Hinweise auf diese Tatsache der inneren Reinigung und Vorbereitung, um dem Herrn so in dieser inneren, innigen Weise zu begegnen, um ihn zu empfangen. Zum Beispiel, wo der Herr den Diener des Hauptmanns geheilt hat und der Hauptmann dieses Gebet gesprochen hat, eigentlich, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Und der Herr hat das gepriesen, als Beispiel. Bei einem Heiden, das hat ein Heide gesprochen, ein Hauptmann, ein römischer Hauptmann. Das ist bewusst, hat der Herr das hingestellt, um uns für alle Zeiten zu belehren. Wenn schon ein Heide so ein Gebet spricht, wie erst recht wir das sprechen sollten. Und dann zum Beispiel auch das Beispiel des Zachäus, des bekehrten Zöllners, der dann den Herrn in seinem Haus empfangen hat. Aber der Herr ist dann in sein Haus gegangen, wo er ihm öffentlich vor allem seine Sünden bekannt hat und hat gesagt, ich werde das wieder gut machen, ich werde davon ablassen, ich werde das wieder erstatten, was ich falsch gemacht habe. Und der Herr hat dann gesagt, heute ist das Heil in dieses Haus eingekehrt. Das heißt, bei einem Menschen, der bereut, aufrichtig und ehrlich den Herrn bittet, dass er einen neuen Pfarr macht. Das heißt, innerlich gereinigt war. Dann das große Beispiel, wo der Herr, als er nach Jerusalem einzog, vorher schon den Tempel gereinigt hat. Der Tempel ist ja, die Heilige Schrift sagt ja, ihr seid der Tempel Gottes. Der Tempel Gottes ist heilig und rein und der seid ihr. Und der Herr hat den Tempel gereinigt. Er hat die Käufer und die anderen Sachen, die nicht dazugehören, entfernt. Und sogar sehr energisch mit einer Peitsche hat er sie herausgetrieben. Er hat gesagt, macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Räuberhöhle. Das ist ein Haus des Gebetes. Und so ist unsere Seele, der eigentliche Tempel Gottes ist unsere Seele. Und deswegen müssen wir diesen Tempel Gottes immer wieder mit der Hilfe Gottes reinigen. Und so ist unsere Seele.